Moin Freunde und willkommen zurück hier auf dem Seeprom Platon zusammen mit dem Zero of Time. Der Zero ist am Start und ohne Bart. Ja, wir werden heute mal wieder ein, zwei Wifi-Kampf bzw. ein Wifi-Kampf hier bringen. Zusammen gegen Arafat und die Mandy. Genau, gegen den Arafat mit seinem doch ganz coolen Team. Außer Hitran. Hitran gefällt mir nicht so sehr, aber ist in Ordnung. Hitran ist krass. Ja, das Ding ist, ich kann überhaupt nichts gegen Hitran tun. Ich habe ein Psycho-Pokémon, wird resisted. Ich habe ein Käfer-Pokémon, wird resisted. Ich habe ein Pflanzen-Pokémon, wird resisted. Und ich habe ein Feuer-Pokémon, das wird immunisiert. Ich habe ein Wasser-Pokémon dabei, dann nehme ich das doch gleich mal mit. Hört sich ganz gut an. Ja, also Arafat wird auf jeden Fall das Hitran spammen. Und die Mandy könnte vielleicht mit Tri-Käfer-Loliden. Gucken wir mal. Ja, böse, böse Pokémon haben die wieder im Stadion, die Freunde. Soll ich mit, ähm, warte mal, wenn sie mit Tri-Ki-Falo leadet und... Was könnte Arafat leaden? Für die Nara? Keine Ahnung, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Nimmst du Chlorophyll-Dingens mit, oder? Hatte ich vor, ja. Fängst du mit Venona an? Weil das Problem ist, du triffst nicht sehr fiktiv, außer das Small Lord. Das heißt, das wäre... Oh shit, ich muss die Pokémon wieder nehmen. Ich muss auch gerade noch schnell machen. Ich hab mal schnell was mitgenommen. Alter, nein! Ah, diese Zeit, Leute! Ich bin nicht zufrieden mit der Wahl, aber... Wir müssen das vorher mal besprechen, was wir mitnehmen, was nicht. Aber man kann das ja vorher nicht sehen. Äh, äh, äh... Ja, das Problem ist halt, man sieht die Pokémon nicht, ne? Ja, ja. Oh, schiech. Hoffen wir mal, dass wir trotzdem irgendwas reißen können mit dem jetzigen Pokémon. Garados. Apecrime. Okay, okay. Oh, Garados. Ist ganz gut. Ja, ne? Das hört sich ganz gut an, würde ich sagen. Ist in Ordnung. Falls Apecrime Tarnsteine legen will, stört uns das, ne? Schön Magie-Shield, mein Freund. Ja, ich kann Garados jetzt einfach wegklatschen mit nem Donnerblitz. Die Frage ist, hat er ja nen Mammutl dabei? Deswegen wird er wahrscheinlich jetzt zu Mammutl rausgehen. Und ne, ich mach nen Reflektor, dass das tankt, oder was? Oder soll ich gleich auf Apecrime raufgehen? Ja, mach mal nen Reflektor tatsächlich. Ja, klar. Das ist ne gute Idee. Ich mach mal nen Klebenetz. Einfach damit nichts und gar nichts ausbietet. Ja, geht raus, war klar. Na, watch me, Mammutl! Er geht zu Heatron. Heatron! Okay. Ah, da wäre doch vielleicht das Lichtschill besser gewesen, aber egal. Ja, ist egal. Kannst du ja in der zweiten Runde machen. Oh, er outspeedet dich und haut dich mit der Kerte, wenn du fast kaputt, ey. Shit. Shit, das hat er viel gemacht. Ja. Ja, 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 egal. In Zukunft würde ich nichts mehr ausbieten. Jetzt ist es vorbei mit dem Ausbieten. Das Klebenetz ist leicht draußen. Ah, da ist sie halt wieder, die Trotteline, Alter, vom letzten Kampf. Das ist lust von denen, ey. Stimmt, das ist genau dieselbe. Verpiss dich mal, Trotteline. Was ist los? Hast du Mandy auch in der Friendslist, oder was? Mandy ist bei unserer, bei der Friendslist drin. Ja, der muss bei beiden drin sein. Nice. Sehr gut, ey. Okay, okay. Alright. Also, ich behalte mir Arachnima auf für das Gyarados, weil ohne das kriege ich hier nichts mehr down. Ja. Ähm, du brauchst Saigat noch für sein Panferno. Ja, ja, deswegen wollte ich den auch eigentlich rauswitchen. Was könnte er auf? Geh mal zu Pleitiger, ja. Geh mal zu Pleitiger, ja. Okay. Ich geh zu Wukong, weil, ja. Flammsturm tankst du ganz gut damit, ne? Ja. Flammsturm tank ich ganz gut. Siedewasser tank ich auch, obwohl es sehr effektiv ist. Geburnt kann ich nicht werden. Ja. Äh, und ich will ehrlich gesagt ein bisschen Damage abkriegen, das ist ganz gut. Ist das Zenmo, Flampivian? Das ist der Rageaffe, Alter. Das ist der Motherfucking, äh, ich wär zum Biest und töte alles, was du hast. Haha. Wenn du mich einmal angreifst. Richtiger Son Goku. Ja. Ist der Wehraffe. Smile and Cry, das ist sogar gut. So, da kommt... Huh, er könnte... Das Ding burnen da hinten. Oh, bitte burn das Ding weg. Nein. Ah, schade. Schade. Schade hat er mit den Burnen bekommen, ey. Damn. Krittelig. Okay, okay. Ja. Es hat nicht so viel gemacht, aber wie gesagt dann. Die Frage ist was machen, aber ja, ne? Äh, ich geh mal... Wird er mich Sturz flugen? Wird er mich Sturz flugen? Du sprichst nichts dagegen eigentlich. I don't know. Ich glaube, dass Heatran raus wechseln wird. Soll ich da mal einen Abschlag drauf ballern? Ne, äh, du musstest, äh, andere Pokémon töten. Wir müssen die Flug-Pokémon töten, weil die outspeeden wir nicht. Okay. Und das kann mega reinklatschen. Soll ich einen Sturzflug machen dann? Full Power. Das Ding ist, das Ding hat eh Giftschleim drauf, oder nicht? Ja, hau einen Sturzflug drauf auf das Smiling Crider. Ah, okay. Alter. Wukong geht weg. Pssch. Ninetales. Die Sonne ist da. Ah, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich für uns, ne? Falls er es für Flamm schon immer geht. Sollte, könnte, sonstiges. Ja, aber wir können roosten. Äh, der Attack-Drop macht uns nicht viel, weil, ja. Ja. Ja, siehst du, da kommt ein Sturzflug. Jawohl. Das war... Oh, und das geht auch noch vom Damage her. Ja. Ja. Jetzt kommt von unserer Seite ein Sturzflug. Er stotzen wir ab! Und jetzt hoffen wir, dass er geburnt wird, weil dann habe ich überhaupt keine Angst gegen das Ding da zu set up. Toxin! Oh, und Ninetales wird ab. Der Hex ist real hier, ey. Alright. So. Könntest du Smile and Cry rausnehmen mit einer Feuerattacke? Easy eigentlich, oder? Ja. Könnte ich machen. Gut. Könnte ich machen. Ja. Ich gehe auf Feuersturm auf Smile and Cry. Das Ding ist ja nur, er uns bietet mich. Ja, ich glaube, er wird kehrt wenden. Mach mal... Soll ich einen Abschlag auf das kommende Pokémon machen? Ja, mach mal einen Abschlag auf, aber auf... Was hat Arafat noch dabei? Warte mal, Mandy war das, ne? Mandy... Mach mal einen Abschlag auf das Ding da, ja. Mach mal einen Abschlag auf... Nee, auf äh... Smile and Cry. Smile and Cry, okay, okay. Weil ich glaube, ich werde dich outspeeden und wenn das Ding flöten geht, dann kommt was rein, was eine Wahlschale hat oder so und dann outspeedet es uns und tötet uns alle. Also wenn ein Trikefall um den Wahlschal reinkommt, dann haben wir ein Problem. Deswegen... Dann ist der Schal auf jeden Fall weg schon mal. Das wäre ganz nice. Hoffen wir es einfach mal, dass das so aufgeht. Right. Und es kommt Trotteline. Trotteline kommt rein. Das ist das Maulord. Das hat Überreste drauf. Ja. Das ist ganz gut, weil, äh... So können wir Trotteline mal schon ein bisschen damage machen. Und... Feuersturm wird hard resisted, aber... In der Sonne macht es trotzdem einiges, muss man sagen. Und da kommt noch ein Abschlag. Und haut die Recovery weg, was noch wichtiger ist für uns. Und... Toxin trifft diesmal, aber er geht auf dich tatsächlich. Okay. Das ist doch krass. Das Ding ist halt, ich habe Solarstrahl. Ne, ich kann Maulord mit einem Hit rausnehmen, so. Das ist überhaupt kein Problem jetzt. Die Sache ist, jetzt müssen wir Heatran rausnehmen. Am besten gehst du mal für... Ich wollte halt sagen, was habe ich sonst noch? Ich habe noch dabei... Das... Öhm... Humerus. Okay, dann geh mal zu... Ne, er könnte uns verbrennen. Das ist das Problem. Geh auf einen Abschlag auf Heatran. Okay. Wir tun jetzt das Ding systematisch kaputt kloppen, weil ich hau jetzt einen Kungfu-Strahl drauf. Oh. Oh. Okay. Er trifft. Sie bleibt drin mit Maulord. Sie fühlt sich jetzt sicher. Ich tank auf jeden Fall eine Wasserattacke. Und da machst du gleich einen Solarstrahl. Da mache ich einen Solarstrahl. Luftballon hat das Ding. Luftballon war weg. Okay. Falls er jetzt für den Erdbeben geht, ne, dann GG. Oh, Genesung. Okay. Das ist cool. Dann, äh... Ich habe es kein Problem damit. Das ist gut für uns, ja. Wie gesagt, Solarstrahl trifft vierfach effektiv. Äh... Joa... Schauen wir mal, ne. Ähm... Soll ich drinbleiben einfach mal für den Roost gehen? Oh, soll ich... Ne. Ich würde an der Stelle rauswechseln tatsächlich, weil ein Roost wird dir jetzt nicht viel bringen. Ja, okay. Äh... Vor allem wegen einer Poison, weil die immer stärker wird, ne. Ja, ja, klar. Wenn er dich angreift und du noch Poison bekommst, dann ist dein Roost wieder weg. Also dann hast du eigentlich nur eine... Hast du nur eine... Fehler bei der Datenübertragung. Nein! Ernsthaft? Dang. Ahhhh... Nooo... Nooo... Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein, Alter. So. Ninetales und Pleitegeier. Ja, Freunde. Vielleicht merken sie's ja. 2.0. Diese blöden Disconnect, Mann. Wir hoffen einfach mal, dass das jetzt so weitergeht, wie es aufgehört hat, damit wir das bisschen... rekonstruieren können. Alter, mein Bild hat halt gelackt. Ich dachte gerade, es bleibt schon wieder hängen. Ja, leider nein. Leider nein. Leider liegen sie komplett anders. Und das ist nicht gut für uns. Ne, nicht wirklich. Weil ich kann gar nichts, glaube ich, mit der jetzigen Situation so anfangen. Beziehungsweise sie liegen eigentlich genau gleich wie beim ersten Match. Wir liegen so, wie wir das Battle verlassen haben, ne? Ja. Ja, das ist ein bisschen drum. Aber ist in Ordnung. Also Garados kann nichts machen an der Stelle. Gegen uns. Ne, ne. Äh, Apecrime ebenso wenig eigentlich. Äh, du kannst für einen Sturzflug auf, äh... Panferno gehen. Apecrime, Apecrime gehen, ja. Eigentlich schon. Ähm... Eigentlich, ja. Ja, okay. Egal was einwechselst. Ein bisschen Damage. Ist in Ordnung. Ja. Wo Gott sagen wir, wenn er jetzt für Kerrwende gleich geht... Aber er bleibt drin. Er bleibt drin. Weißt du nicht. Aber er geht auf die Kerrwende. Aber er geht auf die Kerrwende. Deswegen. Das habe ich mir schon gedacht, dass er das macht. Ja. Würde absolut keinen Sinn machen. Also drin zu bleiben, ja. Genau. Deswegen. So, schauen wir mal. Ja Leute, wir machen das Battle einfach nochmal. Wir hatten super, die guten, äh, Aussichten, ehrlich gesagt. Ja, wir hatten sogar einen Reflektor draus, glaub ich noch. Ja, wir hatten einen Reflektor. Sein Heatran war verwirrt. Er hat einen, äh, Pokémon, was vierfach schwach ging. Mein Pokémon war drin. Ja, also... Ne? Das Setup stand. Wir hatten Klebenetz draußen und und und. Also... War nicht so scheiße. Aber in Ordnung. Jetzt ist das Problem nur, er kann mich halt Sturz fliegen. Wie er will. Hast du noch einen Schmarotze auf, Pleitegeier? Nee, hab ich glaube ich nicht. Nee, hab ich nicht. Ich hab Auflockern drauf. Auflockern Ruheort. Okay, ähm, dann geh mal auf einen Sturzflug auf Gyarados. Ich hab keinen Bock, dass Gyarados sich da setupt. Ich geh jetzt auf den Donner und es gab einen Smilingcrime. Reicht der Sturzflug denn, um den Sub zu brechen? Ich hoffe es mal. Hatte er Bedroher? Ja, hatte Bedroher, oder? Ja, ja, deswegen. Dann reicht es nicht. Weiße. Was hast du noch dabei? Äh, Psyana und Kributak. Egal, geh drauf. Wir haben keine andere Wahl eigentlich. Also mit Sturzflug meinst du? Ja, wir haben keine andere Wahl, ja. Muss drauf gehen. Und hoffen, dass es reicht. Ich glaube es leider nicht. Da kommt der Sturzflug auf dich. So, krass den Fokus. Das Ding geht auf jeden Fall, das Ding geht auf jeden Fall mal tot. Außer ich verfehle den Donner, aber tue ich nicht alles. Jawoll. Einmal verrecken, please. Das schon mal ganz nice. Jawoll. So, und das Gyarados dürfte jetzt Drachen tanzen, ne? Aber das... Was? Ergegen so ne Kaskade. Aber auf dich, oder? In der Sonne? In der Sonne ohne Drachentanz wird das glaube ich nicht reichen, alter. Doch. Oh, aber das war knapp, man. Das war knapp. Klemenetz haben wir leider nicht rausbekommen. Ach, ja. Aber ist egal, solange er noch keinen Dragon Dance gemacht hat, haben wir noch ein bisschen... bisschen was. Und reicht das? Es war ein Crit? Oh, ein Crit. Alter. Das war wichtig. Der kann wichtig gewesen sein. Das war glaube ich schon wichtig, ja. Ja. Vor allem der geht auch durch den Bedroher dann durch. Genau. So, äh... Ja, jetzt ist die Frage, ne? Ich habe jetzt Nine Tails. Was hast du jetzt noch? Wukong und... Wukong und Nine Tails. Hast du Poxin? Ich hab gar... Ich bin... Kein defensives. Okay. Ja, dann würde ich jetzt an deiner Stelle mal zu deinem... Was hast du dabei? Psyano und Krebutak, ne? Psyano und Krebutak, genau. Geh mal zu Krebutak. Na, scheiße, Alter. Er könnte mit... Oh, shit. Er könnte mit Painful einfach töten, ey. Painful wird hundertprozentig das Megabibor sein. Hm, das ist das Problem. Äh, geh auf den Sturzflug auf Megabibor. Wir müssen Megabibor wegbekommen. Ja. Garados ist nur sekundär das Problem, weil es bisher noch nicht gedrachentanzt hat. Und die Sonne macht halt schon ein bisschen Damage. Ja, ja, gerade die Kaskade. Das... Das Problem ist halt, er könnte... Er geht das für ein Schuttschild, na klar, oder nicht? Genau, er könnte auf ein Schuttschild gehen. Ah, fuck, Alter. Und deswegen bin ich nämlich auf den Delegator gegangen und habe nicht angegriffen für den Fall. Ja. Und jetzt kommt eine Kaskade, die geschwächt wird durch die Sonne. Und das... Ja, etwa zur Hälfte bringt. Das ist aber gut, weil jetzt kriege ich den Delegator raus. Oh, ich kriege die Beere. Oh, die Steroid-Beere. Und bin in der Sonne mit meinem crazy Pokémon. Alter, shit. Die Frage ist, warum habe ich mich noch nicht verwandelt? Tanzmodus. Ah, und jetzt ist das Ding ein Psycho-Pokémon, okay? Und ich habe eine fucking Psychokinese am Start. So, ich würde jetzt aber behaupten, ich gehe für einen Feuersturm auf Painful. Soll ich... Oder ne, Psychokinese reicht völlig auf Painful. Äh, und du gehst mal... Du könntest raus wechseln, theoretisch. Was hat das Gyarados für ein Item, haben wir das schon gesehen? Ne, ne? Ne, bleib drin, ist ein bisschen safer. Hast du noch? Ja, ne. Geh einfach mal... Greif mal Gyarados ein bisschen an. Greif einfach Gyarados ein bisschen an. Mit dem Abschlag gleich dann? Ja, mit dem Abschlag am besten. Ja, gut. Mit dem Abschlag am besten. Dann hat er keine Recovery oder was auch immer. Genau, weil ich habe die Kehrtwende... Haben ja schon gedacht, dass eine Kehrtwende da kommt. Wird aber resisted jetzt gerade, ne? Ne, wird nicht. Oh shit. Oh fuck. Bist du schneller? Als Gyarados? Ne... Na ja, vielleicht jetzt mittlerweile. Aber Gyarados, ich greife halt ihn an und nicht Gyarados. Oh, aber das geht auf 8 Prime, mein Freund. Oh, das Ding ist down. Ah! Aber er kommt zuerst durch. Aber ich bin... Ja, reicht es? Ah! Damn, Alter! Leider ja. Das war es mit der Taktik auch schon. Seeklaften Nutten, Söhne, Mann! Boah, wär ich für Sturz-Wook auf Dingson gegangen, ne? Dann wär das... Immer am Fokussen, Mann! Immer am Fokussen! Ja, du musst raus mit Pleitegeier. Ja, der geht jetzt eh für eine Catmander, aber ich habe keinen Safe-Switch. Mir ist Arachnium-Wookon gestorben. Kann überhaupt nichts machen, ey. Pleitegeier macht keinen Damage und die wissen das. Deswegen gehen die einfach auf mich die ganze Zeit. Ja. Alter ätzend, Mann! Warte mal. Gut, dann machen wir das anders. Ich geh auf den Renke-Schmied und versuche alles zu töten nachher. Soll ich jetzt für... Du musst raus wechseln jetzt zu Krebutark oder zu Psiana, ist egal. Am besten aber zu Psiana. Bin jetzt auf Krebutark gegangen. Sag das noch zwei Sekunden vorher! So, ich drück da drauf. The best! Flair Blitz. Wenn er auf dich geht, dann gut. Dann resiste du. Resistest du. Trotzdem ist die Sonne draußen und du machst da super krassen Damage. Ja. Sprungfeder. What? Schau mal auf wen er geht. Ich kann mit Wasserdüse doch das Ding rausnehmen jetzt easy oder nicht? Panferno. Nein, die Sonne ist draußen. Das würde nicht reichen. Ah shit, stimmt ja. The fuck. Ich gehe auf den Feuersturm auf Panferno und an deiner Stelle würde ich meinen Krebutark jetzt raus wechsle in... Äh... Psiana. Ne. Nein. Geierine, Alter. Geier... Geier... Schleiergeier. Meinst du, der geht mit dem Sprungfeder auf mich drauf oder was? Ja, ich glaube... Und Catwender. Ich glaube, dass er auf dich geht. Mit beiden moves. Ich weiß nicht, ob er mit beiden moves... Er geht mit Flare Blitz. Ja. Okay, das war gut. Boah. 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 Gleich noch den Burn kassiert. Also, die heute in diesem Battle, ne, wollen sie es nicht, die Faker. Tschüss. Und Crit. Wow, Crit. Nice. GG. Wenigstens Drift auf Fireblast. Plus zwei in der Sonne. Das war's mit Ape Crying. Das war's. Leider ausbieten wir nicht, weil wir das Klebenetz in diesem Battle nicht mehr draußen haben. Hm? Ja. Sonst hätte ich jetzt... Telekom lässt grüßen. Ohne Witz, man. Du musst dein Internet wechseln, ne. Das ist richtig. Schrecklich. Die Telekom ist schuld, dass wir das Battle verlieren, Leute. Schreibt mal auf Twitter. Hashtag Telekom. Ihr Wichser. Genau. Ja, ich hab kein anderes Pokémon mehr, ne. Kann jetzt mit Schlagbohrer mich einfach rausficken. Hm. Oh. Ja, der geht jetzt eben... Entweder geht er jetzt für den Protect nochmal, damit der Sturzflug nicht durchkommt. Macht er nicht. Er hat keinen Grund auf Protect zu gehen. Okay. Geh auf den Sturzflug. Er geht für den Gift Team. Er geht aber auf mich. Ja, okay. Boom. Ah, schade. Schade, schade, schade. Wir müssen stärkere Pokémon nehmen, Digga. Ja. Wir haben zu viel Steil bei uns. Weißt du, er verbrennt dich mit 10% Flammenblitz, Alter. Ansonsten wäre das Ding weg gewesen. Weißt du, aber nein. Ja. Er verbrennt dich und, äh, ja. Nice, ne? Ja. Alter. Ja. Alter, Alter. Was hast du jetzt noch, äh, Krebotag? Krebotag. Krebotag. Das Ding ist, das eine Team hat nur noch, äh, das B-Boy. Ich will das B-Boy jetzt rausnehmen, Wasserdüse. Krebotag, Wasserdüse. Er kann nicht mehr rauswitchen. Das heißt, äh, wenn, äh, wenn, äh, wenn, äh, wenn, äh, wenn das Matchup ist, dass, das, das B-Boy gegen deinen Psyaner kommt, dann hast du verloren. Du musst das Ding mit Wasserdüse rausnehmen. Ja. Und hast dann noch eine Chance, äh, das Garados wegzuklatschen. Prio hat er nicht. Aber, wie soll ich, der hätte auch Garados unten noch eins. Ah. Das B-Boy ist down. Da hat Garados noch gar nicht rauswitchen. Boah, man. Oh, natürlich. Natürlich geht er vom Protect jetzt. Fuck. Okay, ja, das ist okay. Er ist okay, er kann nicht zweimal Protecten. Skarados hätte angreifen sollen. Ja, kann er schon, ne? Kann er schon. Haha. Ja, er könnte, aber das wird er auch hundertprozentig tun. Ja, er wird das tun, weil er hat nur noch ein Pokémon. Protect ist das einzige, was er machen kann. Komm schon, der dachte, das darf jetzt nicht ein zweites Mal kommen. Er wird Protecten. Und Romarus wird diese Runde droppen. Ja, siehst du, er kommt durch. Oh, Mann! Du hast keine Prio mehr. Wie war all Spiele psiana. GG. Was? Leute! Ficken, Mann! Telekom ist ein echt nur so. Und deswegen hat die 10% Flair Blitzburn gemattert. Ja. Ja. Wir sind von einem super krassen Battle, wo wir easy gewonnen hätten. So einem Battle gegen... Ah, Junge. Naja. Ist Wurscht, Freunde. Ist Wurscht. Es war ein spannendes Battle. Und das ist alles, was sehnt. Und das ist der Kill. Puts. Das ist der Kill, Freunde. Ja, leider haben wir bisher, glaube ich, mehr Battles verloren als gewonnen, ne? Glaube ich. Traurig ist es, ja. Aber nicht verzagen, Freunde. Wir werden zurückkommen. Zero und Sephiron werden in einer anderen, in einer zukünftigen, äh... In einer zukünftigen, äh... In einer zukünftigen Zukunft. Na, werden wir zurückkommen. Mit einem besseren Team. Mit einem durchdachteren Team. Und hoffentlich mehr Skill. Und dann haben wir vielleicht eine Chance gegen euch im kompetitiven Pokémon. Richtig. Wir werden uns auf jeden Fall hinsetzen und nochmal ein paar Pokémon fertig machen, die balanced sind. Und wie gesagt, falls ihr irgendwelche Setz habt, die ihr gerne sehen wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare hauen. Da werden wir uns dran setzen. Und das fertig machen. Aber Leute, das war's doch schon von der heutigen Episode. Wenn's euch gefallen hat, dann drückt den Like-Button, schreibt einen Kommentar, wie gesagt. Und... Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Oder rein, Freunde.